Was machen die da? Was soll das? Keine Ahnung. Achtung Achtung! Jetzt wird sie da heiß und fettig! Wir spielen mal wieder eine Runde Heinzeiter in Spender Royale zusammen mit dem i4! Ich hol mir den Jeep beim weißen Haus. Ich lande da auch. Echt? Ja. Wobei bei welchem weißen? Ich lande Haus des Todes weißes Haus. Ach so, ich nicht. Ich lande bei dem bei der geheimen Base dann schon. Ja ist auch ein Jeep. Ich glaube schon, dass ich einen gesehen habe. Also ich habe einen. Ja da ist einer. Nice. Jetzt schau ich noch hier ins Haus rein. Hol mir die Shotgun. Ich bin hier gerade auch noch. Ja Shotgun habe ich auch schon. Hier ist noch eine Shotgun. Und noch eine AR. Nice. Kann ich die M9 wieder wegschmeißen. Come on. M9. Ach dann hier. Vom Haus des Todes kommen Schüsse. Echt? Ja. Okay. Gehen wir mal hinten raus, damit es nicht ganz so offensichtlich ist. Piep. Zack. Zack. So, ich fahr mal zur kleinen Base dort. Aha. Wir könnten auch Krankenhaus fahren oder so. Ja, können wir gleich. Ich würde eben kurz bei der geheimen Base vorbei, damit ich den Rucksack und so mache. Ja, ja. Kein Problem. Dann fahr ich zu der Base rechts davon. Mhm. Pass auf, dass da nicht jemand ist. Jo. Ei, ei, ei. Schauen wir mal, was die Runde so bringt. Ah, ich seh dich. Ich hab dich auch gesehen. Du hast noch keine Crade, ne? Ne. Ja, gar nicht. Hier war noch keiner, zumindest ist der Wohnwagen noch zu. Ich will jetzt ein bisschen ausstatten hier. Helm. Zack. Rucksack. Zack. Vodka Moon. Zack. Vodka Moon. Zack. AR mit Moon. Zack. AK. Nein. Nice. Das wär cool. Ja, wär cool. Aber leider nein, leider gar nein. Mach einfach den Wohnwagen wieder zu, weil wenn dann nach und zu welche ankommen, verschwenden die hier zumindest Zeit. Ja. So, wohin fahren wir? Ja, wie ist furcht. Wir können zum Krankenhaus fahren. Oder Villa oder mal gucken, wo wir enden. So, bin gleich auf der Straße. Wo bist du? Ich bin auch gleich wieder auf der Straße. Nur 100 Kilometer hinter mir. Fahr einfach mal ohne Turbo, dann sollte sie mich hier einmachen. Ja, aber dann verbrauch ich sehr, sehr viel Sprit. Irgendwo wird sie geschossen. Mit nem Pistol. Und ner Shotgun. Pass auf. Ja. Oh, das sind zwei. Oh. Vielleicht überfährst du die, wenn du Glück hast. Vielleicht fährst du aber auch genau... Komm mal ein Stück zurück, um die ein bisschen abzulenken. Einen hab ich überfahren. Können wir uns eigentlich holen? Der ist ausgelockt. Der ist ausgelockt. Na, schade. Ich war gerade genau gegen. Ja, kann man gleich weiterfahren, oder? Du kannst ihn auch looten, wenn er was hat. Was super ist, aber... sonst fahren wir. Oh, ich bloote ja. Gar nicht mit mir. Und ich hab keinen Helm mehr. Gott sei Dank hab ich schon jetzt einen Ersatzhelm. Guck mal, was er so hatte. Bandagen, sonst lohnt sich nix. Okay. Wenigstens klappt das auch mal, wenn wir überfahren jetzt. Ja, die haben auch... Ich glaub, man kann jetzt im Wasser auch schnell fahren. Ja. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Dann haben die das vom Test-Server übernommen. Mhm. Ja. Kann man nicht mehr zahlen. Nee. Fine-Base können wir machen. Ja, oder? Ich hab Gas und wir fahren zur Villa. Ja, das würde sich auch rausgehen. Das haben wir schon einmal geschafft, in so einer Situation. Wir sind schon gelaufen. Ja. In so einer Situation. Schaffen tut man das. Die Frage ist ja jetzt, ob das gesund ist. Mhm. Da hinten ist ein Auto. Ja. Ist ausgestiegen. Wahrscheinlich da reingegangen. Hoffe ich zumindest. Ja. Wie ein Problem muss dran vorbeifahren können. Oh nice, wie du den einen überfahren hast. Den anderen hätte ich gehabt. Ich fahre genau auf Pfade vor. Und dann kommt da hier Dings. Genau dann lockt er aus. Man sieht noch oben. Only bla bla bla. Player is left. Oh, ich mir nur denk. Fick dich. Könnte er wieder killen. Hätte er mir mal gönnen können. Okay, oder? Ja. Hätte ich. Du brauchst ja auch so runter. Ja, ja. Wenn schon, wenn schon. Offroad Rally. Das ist das neue Colin McRae. Bäm. Ich bin richtig geschafft. Ich auch. Das war jetzt Skispringen. Also heute haben wir alles. Rallye, Skispringen. Aber ich hab noch 79%. Ich hab noch 89%. Das ist das gute. Stell dir vor, wir hätten ein Polizeiauto. Polizeiauto wären wir tot. Ich hab halt nur keinen Sprit mehr. Das ist ein bisschen Ärger. Scheiße. Was ist das denn? Uh. Okay, das Quartier sieht komisch aus. Was? Hier ist auch noch eines. Bugplugs sind raus. Hier auch. Fuck, die haben ja auch gelootelt. Da sollte ich immer nochmal oben gucken, ob noch was steht. Aber sonst. Aufpassen, aufpassen. Na, die werden weg sein. Ich bin mir da nicht sicher. Ich hab noch einmal Sprit. Du hast noch einmal Sprit. Oder? Er ist offen. Offen ist. Ja, und die sind sicher weg. Ja. Sonst wird hier irgendwas noch stehen. Aber vielleicht haben sie was vergessen. Meinst du? Ich meine, es sieht hier sehr leer aus. Keller ist zu. AR liegt im Keller. Brauchst du AR, Mon? Ich hab 180 was. Ich hab noch nicht einmal eine AR. Ja, im Keller. Shotgun liegt im Keller. Brauchst du Shotgun? Shotgun hab ich. Ja, aber kannst trotzdem nehmen. Ich hab genug. Oh, siehst. Dann waren das Noobs. Die waren, glaub ich, zum ersten Mal hier. Die waren zumindest nicht im Keller. Oben waren die. Oben ist AR gelootet. Nur Shotgun liegt hier auch, ne? Nimm ich mal mit einfach. Und. Gehen wir ums Eck noch. Hier ist nix, okay. Passt. Dann fahren wir nur noch mit einem Auto weiter und tanken das einmal voll, würd ich sagen. Ja. Welches hat mehr Sprit? Meins hat mehr Leben. Meins raucht noch nicht. Nehmen wir meins. Okay. Ich glaub ich muss aus meinem noch den Sprit. Ja, dann nimm. Die hab ich schon. Die hab ich schon. Okay, war echt hier. Okay. Wusste ich nicht. Wollen wir tanken? Hab ich die Sparkplugs jetzt nicht? Oh, komm mal. Ab geht die Willefahrt, ne? Ja. Also, okay. Ab geht die Willefahrt, ne? Hm. Kepe. Kepe. Den hab ich in meiner Friendlist. Hab ich doch gerade noch gesagt, oder? Kepe? Naja. Kepe. Der ist gerade gestorben. Den hab ich in meiner Friendlist. Der wollte uns sicher ärgern. Ja, bestimmt. Kann er mal in die Kommentare schreiben, wenn er das liest. Hallo. Was geht? Schöne Grüße. Ich hab gerade mal meine Friendlist durchguckt, wer so alles H&Z anspielt. Und es sind relativ viele dabei. Und ich dachte mir schon, dass mir irgendwer hinterherjoinen will. Und da hat es scheinbar funktioniert. Irgendwie fünf, sechs Leute haben wir im Spiel zuletzt. Okay. Das Lustige ist eh, wenn du Leute, also wenn du Leute in deiner Steam-Friendlies hast, die viel Battle Royale spielen, dann laufst du denen eh immer irgendwann einmal über den Weg. Na. Ich bin auch früher, als ich noch auf Zoom geguckt hab, dann hab ich auch mal einen Streamer über den Weg gelaufen. Ja. War auch im Deutschen. Da hab ich nur gesehen. Er holte mir glaube ich ein paar weg. Da dachte ich, okay. Am Ende, ich hab dann seinen Stream eingeschaltet, weil ich genau wusste, dass du ihn. Und dann dachte ich, am Ende holst er den. Aber irgendwie hat das bei mir nicht funktioniert. Ich wollte auch mal so eine Folge machen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann hinkriegen werde. Das Stream-Trolling. Dass ich quasi die verschiedenen Streamer gucke, denen hinterherjoine, und immer einfach eine Trolle. Weißt du? Bei Pete Smith hab ich das ja schon mal geschafft. Der Bergé schon mal getötet und wurde dann vom Pete leider getötet. Aber auch so bei Leuten, die nur hinkriegen. Und dann halt auch Fragen, ob ich ihre Sachen verwenden darf. So meine Sicht, ihre Sicht, meinst du? Wärts schon cool. Aber dafür müsste ich hier neben mir meinen Laptop aufbauen und so, damit ich gleichzeitig den Stream gucken kann, ohne dass man es hört jetzt. Ich guck mal, ob wir ein Polizei-Auto bekommen. In Ranchito, ja. Ich glaub, da war ein Auto, oder? Ja. Wenn man das jetzt in unsere Richtung fährt, ist natürlich blöd. Ich mein, dann schießt du aber. Oh, das war der Loot-Sack. Nee, ich glaub nicht, dass das der Loot-Sack war. Geht da rechts nach dem Auto an, denkst? Bin mir nicht sicher. Ich denke, das steht da immer so, oder? Ja. Hast du den Wohnwagen hier zugelassen? Äh... Ich glaub nicht. Der Äußere war zu. Achso, am Äußeren... Oh, da weiß ich nicht. Hast du bestimmt vergessen zu tun. Kann sein. Wenn zwar da die AK drin heißen. Oder die neue Bazooka, von der noch keiner was weiß. Kein Geheim und so. Mann, 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 Alter. Ja, ne. Verschenkt er hier Waffen. Schon wieder 10 Uhr, ne? Wie lang ist das denn, wenn man ohne Turbo fährt, ne? Ja, voll. Das Problem ist, wir haben danach nur noch einen Spritkanister. Wenn wir jetzt kein Polizei-Auto finden da vorne. Oder irgendwen finden, den wir überfallen können, der 20 mal Sprit dabei hat. Ja. So einen würde ich gerne mal erleben. Also einen, der 20 mal Sprit dabei hat, oder? Ja. Hinten steckt kein Auto, glaub ich. Ebenfalls von hier sieht's so aus... 79 Prozent, oder? Fuck, genau. Was machen wir denn, wenn da kein Auto steht? War da ein First-Agg-Kit? Nö. Oder? Glaubbar. Und da, Aermund. Hab ich gut gespottet. Das First-Agg-Kit lag da so verdreckt, quasi. Naja. Lass ich nicht nach dem Autohaus. Meine Schwester räumt grad die Bude um, oder so. Nur hier war auch jemand. Fuck. Okay. Also... Vergangenheit. Ist schon weg. Nummer Saves 103. Ja, ist draußen. Ranchito ist draußen. Das ist jetzt nicht unbedingt gut, wenn wir in Ranchito sind grade. Dass Ranchito draußen ist. Soll ich mal tanken? Ganze. Auto! Bin zu eins. Und die Polizei ist okay, oder? Jänger? Mh-hm. Ich habe Spotplatz. Ich bin getroffen. Moderate. Ich habe einen. Ab den anderen. Sehr gut. Stark. Bin ich aber ein. Ich habe 20%. Ich habe sehr rich. Ich auch. Jetzt haben wir ein Auto, jetzt haben wir ein Auto. Bist du wahnsinnig. Ich muss so oft husten, ich kann fast gar nichts sprechen. 7 First Egg Hits. Puh, das ist eh gut. Ich habe gar nichts mehr. Nicht einmal Bandagen. Ja, guck mal bei dem anderen noch. Der hat. 4. Passt. Also auf First Egg Hits. Ja, ja. Wenigstens etwas. Was haben die am Auto? 20% Sprit. Die haben nicht mehr wie wir. Wir hatten mehr, glaube ich. Ja. Hat deiner noch Sprit dabei? Meiner hatte keinen, glaube ich. Nee. Nee, hatte ja nicht. Fuck. Nee. Okay, dann müssen wir mit unserem Auto weiterfahren. Steht hier hinten. Aber ich muss das riskieren. Jawohl. Auszusteigen. Gut, weil dann konnten wir aus zwei Seiten. Wir haben die ja quasi in die Mangel genommen. Ja. Dadurch. Dass du dann da reingerannt bist. Das war mega gut. 6 Granaten. Ich habe irgendwie 5 Mollys oder so. 6. Es geht. Hatte der Typ halt dabei. Nimm sie mal mit. So, wohin sollen wir? Komm, wir fahren sogar im Base. Lassen das Auto einfach da. Quasi. Die Folge nenne ich irgendwas mit Husten an Fälle. Bisher war ja nur zwei Mal. Ja. Ich huste schon die ganze Zeit in meinen Arm hinein. Okay. Der Airdrop ist best suggestive. Man konnte jetzt im Moment mit sehr viel trinken unterdrücken. Da haben wir ein Team ausgedrückt. Ja. Das war sehr gut. Ich dachte kurz ich sterbe. Als der so dann direkt mich anvisiert hat. Ja. Obwohl ich dachte der geht bei dir ganz entspannt. Dann geht er zu dir. Dreht er sich auf einmal die... Dachte ich auch am Anfang. So. Auto stellen wir hier einfach seitlich. Passt schon. Ich geh aber wieder nach hinten. Ja ja. Trin ist eh nichts mehr. Oh! Ich werd beschossen. Einen hab ich getroffen. Warte ich hol die Granaten raus. Oh! Scheiße ich bin tot. Fuck. Fuck. Einer ist draußen. Einer drin. Ich bin auch tot. Instant. Oh man oh man. Was war das? Boah. Das war so gut und dann so schlecht. Aber... Ja. Ja wenn es euch gefallen hat, lass den Daumen nach oben da. Schaut dabei viel vorbei. Bis dann. Not 1. Ciao. Ciao.